Willkommen zurück zum... ich weiß nicht genau warum ich mir das antue. Zu Bendy and Deng Machine. Ich trink mal meinen Kaffee. Letztes mal sind wir... warte mal. Bendy hat uns eingesperrt glaube ich. Ist ein bisschen her wo ich das letzte mal gespielt habe. Muss noch mal ich weiß es jetzt gerade nicht genau 100% aber ich meine dass es da war und ich dann irgendwie weggerannt bin weil ich einfach nur weg gewollte. Ähm, ja. Ähm, hier war ich schon. Das ist ein sehr schönes Bild. Das habe ich ja gemacht mit äh... Was? Was? Wo kam denn das jetzt her? Hä? Ah, warte mal. Das hier war vorher nicht offen glaube ich. Not sick, not paid. Not as anyone from faking illness will be will be docked a full weeks wage. Ähm. Woah. Ah du blödes Vieh hey. Ah. Ich bin noch nicht wach aber jetzt bin ich wach. Bendy wo ist das Ventil? Ich weiß nicht ich sag es immer wieder aber diese alten Cartoon Figuren die haben irgendwas richtig gruseliges an sich. Ich ja bitte. Ja Bendy. Alright. Bendy wo ist das histärtig heißt, wir sprechen alle. Ja Bist du dir da sicher ich bin Svenich? der hat nen Hut auf der hat nen Hut ach das war der schiebel kommt es los der es geliebt mir gerade ein bisschen zu schnell erster sind wir auf einmal alles sind wird dann wo sie es alle abschlachten nicht da hoch ich habe so das gefühl dass die mitarbeiter hier von joy drew alle irgendwie komplett also nicht komplett aber halt alle ein bisschen durchgedreht sind aber wieso das hat nen WT warum hat das für nen Hut in der Hand nen Hut auf was muss ich hier machen Nein Ah Ah, ich glaube, ich muss ihn unter das Teil da hinten locken Entschuldigung Ich will den Hut nehmen Ähm, war Bendy vorher schon da? Oh, diese Ja, er war vorher schon da Man denkt halt nicht, dass er noch da rumsteht Da denkt man überhaupt nicht dran, da dreht man sich um und man sieht Bendy, hey Für was brauch ich das Ventil nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen Ich muss sagen, die Atmosphäre in dem Spiel hier ist halt wirklich gut Ähm, ich brauche das Ventil für irgendwas gebraucht, ne? Ich glaube, um das Tintengedöns hier auszustellen, ich... Naja, ich geh mal ein bisschen suchen Wo war denn das? Äh, Ausgang Oh, das macht einen wahnsinnig, weil ich nicht weiß, ob... Die, die Pappaufsteller schon da waren oder nicht Oh, das ist... Oh, wir sind wieder hier Können wir wieder Billard spielen? Oh, das macht einen wahnsinnig, dass die... Dass die Pappaufsteller halt... Da steht Bendy, warte mal Ja, 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 ja Da waren wir schon Warte mal... Warte mal... Ach ja, genau, da... Warte mal, von da bin ich hier gekommen Das letzte Mal Geh mal in die Aufnahme da hinten Genau, letztes Mal, wenn wir hier drin Und, äh... Bendy hat uns hier eingespürt Das Ventil, 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 Ventil... Für was brauche ich dieses Ventil? Moin Äh... Äh... Okay, ich bin verwirrt gerade Was hieß das da unten hin tun? Oder hier oder so? Genau, hier kann ich ja nicht durch, ne? Ich sehe halt auch hier keine... Ja, das muss sein... Alles ist Zeit Ich brauche das Rad... Also, bzw. ich habe jetzt ein Ventil, aber... Ich habe hier was übersehen... Ja, habe ich... Ha! Okay, das muss ich tun... Äh... Gerrit zu Samys Büro zurück Ja... Die übliche Blindheit... Ihr kennst du... Äh... 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 Die Druhe eventuell... Ihr wisst genau, was das heißt... Oder was das bedeutet... Wir gehen jetzt zu der Treppe, wo wir die ganze Zeit eigentlich hinwollten... Ähm... Oh, ich habe... Oh! Oh! Rest your head... Es ist vorbei... There we go now, nice and tight... We wouldn't want our sheep roaming away now, would we? No, we wouldn't... I must admit, I am... Honored... You came all the way down here to visit me... It almost makes what I'm about to do seem... Cruel... But the believers must honor their Savior... I must have him notice me... Wait... You look familiar to me... That face... Not now... For our Lord is calling to us, my little sheep... The time of sacrifice is at hand... And then... I will finally be freed from this... Prison... This... Inky... Dark... Abyss... I call a body... Shhh... Quiet... Listen... I can hear him... Crawling above... Crawling... Let us begin... The ritual must be completed... Soon... He will hear me... He will set us free... Who... Just by the... Who... Sheep, sheep, sheep... It's time for sleep... Rest your head... It's time for bed... In the morning... You may wait... Or in the morning... You'll be dead... Hear me, Bendy... Arise from the target... Arise... And claim my offering... Free me... I beg you... I summon you... Ink demon... Show your face... And take this tender... No... My Lord... Stay back... I am your prophet... I am your... Whooo... He's coming... He's twist... Out... Oouh... Ich hab' keine Axt hier! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Ich bin tot! Ey, ich bin zuerst einmal gestorben jetzt! War das das Absicht mit dem Sterben, oder? Alter, ach da ist die Axt! Also anscheinend will Bendy irgendwie aus seinem eigenen Körper verschwinden, so wie ich das verstanden habe. Weil er irgendwie gefangen ist. Auf jeden Fall, das war... Ich hab' ich weiß nicht welche Folge... Egal, welche Nummer von der Folge das ist, ist auch egal. Ähm, das war jetzt auf jeden Fall die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao! So... So... So...